Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BMG Drive, das unmögliche Part 4. Ihr habt es wahr gemacht, 3500 Likes habe ich gesagt, hier ist der nächste Part wie versprochen. Und Leute, checkt auf jeden Fall mal den Kanal Crash Drive aus und sagt ihm, er soll noch mehr rauszimmern, okay? Ihr lasst auf jeden Fall ein Like für dieses Video da, denn das wird geil Leute. Und noch eine kleine Werbung für mich. Ich will ein bisschen meinen Zweitkanal pushen Leute, Denno Meme. Auf diesem Kanal mache ich auch Reaktionen, auch BMG Reactions. Falls ihr Bock habt, generell mal einfach irgendwie einen Abend oder so, yo man, gönnen wir uns mal ein paar Videos mit Denno zusammen. Checkt doch einfach mal meinen zweiten Kanal aus. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß im Video. Kuss geht raus. Wir sehen uns wieder. Junge, schon wieder, Digga. Mach ein bisschen leiser. Musik ist krass. Musik ist krass. Was geht ab? Oha. Kalifornisches Kennzeichen. Guck mal, der Motorsound. Der muss aber ganz dringlos jetzt. Er fängt schon an. Da geht's los in der Stadt, Leute. Komplett neues Setup. Oha, habt ihr das gesehen? Da vorne. Das Auto passt da komplett durch. Geisteskrank. Er zieht hier an den Zielen vorbei. Macht hier auf jeden Fall schon mal ein geiles Warm-up, muss man sagen. Clean. Digga, das ist clean, Alter. Leute, clean as Fug. Okay. Okay. Er zieht hier noch eine Runde durch. Eios. Mios. Wow. Okay. Weiter geht's mit der Karre. Komm, Alter. Noch mal ein Stück hoch. Ja, ist okay, ne? Aua, 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 aua. Komm, bitte. Rein da. Ja, jawoll. Zwischen den Mülltonnen noch mal einen durch. Also wirklich dieser Fahrer von Crash-Driven, ne? Ganz im Ernst. Ich sag euch ehrlich, das sind Asiate. Nur Asiaten sind so krass. Ich sag's ehrlich. Wer glaubt das auch, Leute? Hashtag Asia in die Kommentare. Ich glaube, ich hab das schon mal gesagt, Leute. Und viele von euch haben's kommentiert. Ich lieb das einfach. Wow, wow. Alter, knapp. Ich hätte gedacht, jetzt fällt der da. Ah, ja. Boah, hat sich noch gerettet hier. Okay, okay. Und noch mal durch. Jetzt nimmt er hier die Range auf jeden Fall. Den Looping, den leichten. Runter. Ziehen. Hochspringen. Durch zwei Ringe, Digga. Olympische Geschichte hier. Wow. Und die Karre geht weiter. Noch mal ein bisschen. Fährt noch der Aal. Fährt noch der Aal. Oh. Auf die Mauer rauf. Das wäre natürlich zu krass, hätte er den Grind jetzt hinbekommen. Aber, Leute. Bis hierhin auch sehr stark. Kuss. Digga. Hauptsache das Navi geht noch, Leute. Motor läuft noch. Ganz kurz an der Stelle, Leute. Dieses Auto steht zum Verkauf. Bitte. Ich brauche ein bisschen YouTube-Money. 15.000 Euro kannst du den Aal abholen. Kuss. Bitte einmal Kaufoption in die Kommentare schreiben. Danke. Oh, Alter. Die Kanone ist am Stüssel. Okay. Hier. Don Gailo fährt hier mit seiner Gailo-Matic-Karre rum. Was passiert da jetzt? Er fliegt nicht in die Kanone rein, ne? Er fliegt in die Kanone rein und kriegt hier direkt... Wow, was? Nein. Beide clean rein. Wow. Holy Macaroni, ey. Das ist natürlich sehr krass. Die Kamera, Alter. Das ist... Leute, diese Serie ist legendär. Das sind... Das sind eine der schönsten Videos im Gaming-Bereich, die ich je gesehen habe. Ich bin ganz ehrlich. Oha. Was geht hier mit dem LKW ab? Der nimmt hier irgendwie den Wagen. Okay, was passiert da jetzt, Leute? Der gibt hier Gas. Hat hier das Auto auf jeden Fall auf Corner. Was soll da jetzt passieren? Okay. Es sieht so aus, als würde das Ding gleich abgetrennt werden. Das Ding wird abgetrennt. Das Auto fliegt. Wow. Okay, hier einmal rein. Und der LKW fliegt hier auch noch durch. Alter Schwede. Einfach rein da mit dem Aal, ne? Wenn der Chef wieder fragt. Du, sag mal, was hast du mit dem LKW gemacht? Äh. Leute, ich guck dir das mal an. Einfach crazy. BMG ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Hier ist irgendwie die NASA. Leute, NASA Space X irgendwie auch noch dabei. So Raketenstart mäßig. Oder was ist das hier? Doch, das sieht doch danach aus. Und da komme ich angefahren, Alter. Elon Musk! Wo sind die Bitcoins? Oder wo sind die Bitcoins? Ich zieh so durch mit meiner grünen Karre. Ich zieh so durch. Elon Musk! Gib mir die Bitcoins! Da hinten! Da hinten ist er oben drauf! Oh! Alter! Ich zieh! Nein, nicht auf die Spitze des... Nee, das machst du nicht, oder? Puh! Digga, einfach, weil es so krass war. Ich schicke jetzt random irgendeiner Person. Digga, von den Fans. Ich habe ja eine WhatsApp-Nummer, Leute. Die WhatsApp-Nummer von mir findet ihr auf Instagram. By the way. Link für Instagram ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr einmal sehen, ne? Könnt ihr einmal sehen. Ich muss natürlich ausblenden, die Nummer hier. Könnt ihr sehen. Ich schicke jetzt random einen Fan einfach, wie krass der Stunt gerade war. Ich mache Augen zu, Digga. Augen zu. Jo, was geht ab? Bin gerade in der Aufnahme und muss einfach nur mal irgendjemandem sagen, wie krank das Video ist, was ich mir gerade anschaue. Leute, ganz im Ernst. Welcher YouTuber macht sowas? Also, ich kenne keinen. Mal gucken, was er gleich antwortet. Wir lösen das am Ende des Videos auf. So, British Airwaves. Alles klar, Digga. Es geht hier mit dem Flieger sogar los. Ey, mit dem Flugzeug haben wir noch nicht so spektakuläre Stunts gesehen. Hier ist ein Auto drin. Der Pilot auf jeden Fall auf Wish bestellt. Wird man sehen, was da gleich passiert. Okay. Er fliegt jetzt erstmal. Er lässt das Auto rausfallen. Das Auto wird gleich rausgedroppt. Hier der BMW in gelb. Runner, plopp, Alter. Muss los. Jetzt geht's los, ne? Und ganz entspannt runtersegeln. Da, Alter. Das ist ja wild. Digga. Ey, ich krieg so Bock, auch so einen Kanal zu machen. Aber ich weiß, wie viel Arbeit das einfach ist. Ich weiß einfach, wie viel Arbeit das ist. Hier haben wir den Knight Rider Speed. Oh, die Karre war richtig lecker, Leute. Die haben wir schon im ersten Part gesehen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, auf jeden Fall checken. Digga. Das macht er jetzt lange. Das macht er jetzt richtig lange. Die Flügel da am Auto und so. Richtig schön. Ihr habt gesehen, ne? Das wird jetzt einige Zeit fliegen. Krank. Wie clean der da einfach reinkommt. Jetzt hier. Wow. Sehr knapp. Jetzt die ganzen Ringe mitnehmen. Da nach oben ziehen. Boost hat er ja auch noch ordentlich auf Lager. Guck mal, wie viele von diesen Dingern da sind. Also mindestens braucht man für die Kamera. Und für das Auto ja schon mal jeweils ein. Dann vielleicht für die Vorbereitung. Also ich kann mir vorstellen, das Team besteht so aus drei bis sechs Leuten oder sowas, ne? Er zieht hier rum. Ja. Rein da. Wow. Okay, nice. Ah ja. Alles klar. War noch nicht genug. Nochmal kurz zwischen SpaceX durchfliegen. Und es geht weiter. Nicht nochmal. Er nimmt nochmal SpaceX mit. Alles klar. Ist okay. I'm done. I'm done. With this game. I'm officially done, man. Nein. Er macht den... Er macht... Oh. Er zieht nach hinten rum. Alter. Clean. Oh. Das muss so gut getimed werden. Ey. Heftig. Ich würde gerne wissen, wie der das macht. Diese Videos sind einfach krank. Oh. Er klappt die Flügel ein. Es geht in den Trichter. In noch einen Trichter. Da sind Fragezeichen drei Stück. Da sind drei Fragezeichen. Er macht weiter. Er macht noch weiter. Flügel eingeklappt. Flügel ausgeklappt. Unter der Brücke. Muss er machen. Muss er... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, er wollte das Ding da hinten noch mitnehmen. Hat hier Unlucky gemacht. Und hat jetzt diese Aufnahme benutzt, weil er fertig ist. Ja. Ich hab's mir schon was gedacht, ne? Was ist hier mit dem Zug? Was passiert da jetzt mit dem Zug, Leute? Woaah. Er macht die Zug-Action hoch. Alter Schwede. Ey. Wie hat er die Ringe auseinandergenommen? Woaah. Woaah. Woa. Kli. Digga. Geil. Leute. Diese Serie ist einfach... Mua. Jacques Güzel. Ey. Ich glaube, das war's vorher. Ist der letzte Part von dieser Serie, Leute. Wenn ihr diese BMG-Serie gefeiert habt und alle vier Videos geguckt habt, ja? Dann Hashtag Unmöglich in die Kommentare. Ich will alles sehen. So viel. Das ist... Der Typ hat's einfach genial gemacht. Boah. Die Maps sieht auch sehr interessant aus. Auf jeden Fall kann man da, glaube ich, noch einiges klären. Oh. Okay. Ja. Rein da. Und weiter geht's. Also locker, ne? Wie der das hier so durchzieht. Wo geht's denn aber jetzt hin? Alter, da geht's jetzt sehr tief runter. Und er nimmt hier, glaube ich, sogar tatsächlich... Er nimmt noch den Looping mit. Da. Das Auto fährt gar nicht mehr richtig. Es wird nur noch getragen. Komplett runtergenommen. Und auf den nächsten Looping drauf. Wow. Okay, okay. Weiter runterziehen. Jetzt geht's hier schön auf den Container. Und in die Röhre. Der Motor, Leute. Der Motor ist in der Röhre. Ich sag, dann können wir es gelten lassen, ne? Der Motor ist in der Röhre drin. Crazy, ey. Das Wasser sieht richtig nice aus, man. Richtig so wie Color Grading mäßig. Ja, Leute. Das war's mit einem weiteren BMG Drive Impossible Video. Leider hat der Kerl nicht mehr geantwortet. Also die Antwort kann ich euch nicht sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaltet mal ein Abo raus. Checkt definitiv noch eins von diesen beiden Videos aus. Und Leute, denkt dran. Schreibt mir gerne auch mal bei WhatsApp. Checkt Instagram aus. Kuss geht raus. Denno out.